Hallöchen meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Musterstricken mit dieser Wolle Holika Sockenwolle, 8fach und wir machen heute 9 bis 15, also Reihe 9 bis 15, Reihe 9 geht wie folgt. Ihr macht 3 in Petrol und eine in Türkis, also 1, 2, 3 in Petrol und eine in Türkis, die ganze Reihe lang. 3 in Petrol und eine in Türkis und wieder. 3 in Petrol und eine in Türkis und wieder. 3 in Petrol und eine in Türkis. Ja, das ist ein bisschen sehr locker. Ich muss das jetzt auch erst mal nachprüfen. Ja, doch, gefällt mir so. Jetzt wieder. 3 in Petrol und eine in Türkis. 3 in Petrol und eine in Türkis. 3 in Petrol und eine in Türkis. Nadel 3 in Petrol und eine in Türkis. 3 in Petrol und eine in Türkis. 3 in Petrol und eine in Türkis. und wieder. 3 in Petrol und eine in Türkis. und wieder. 3 in Petrol und eine in Türkis. und noch einmal. 3 in Petrol und eine in Türkis. 3 in Petrol. 3 in Petrol und eine in Türkis. 4 in Petrol und eine in Türkis. und wieder reihe 9 1 1 in türkis 2 in petrol und eine in türkis jetzt wieder eine in türkis 2 in petrol und eine in türkis und noch mal eine in türkis 2 in petrol und eine in türkis und wieder eine in türkis 2 in petrol und eine in türkis eine in türkis 2 in petrol und eine in türkis 1 in türkis 2 in petrol und eine in türkis und noch mal einen türkis 2 in petrol und eine in türkis und jetzt noch die letzten zwei nadel in reihe 10 wieder eine in türkis 2 in petrol und eine in türkis 2 in petrol und eine in türkis in türkis 2 im petrol und eine in türkis und eine in türkis 2 in petrol und eine in türkis ein türkis 2 in petrol einen türkis und noch einmal auf dieser nadel einen türkis 2 in türkis 2 in türkis und 2 in petrol 2 in türkis und 2 in türkis 2 in türkis und 2 in petrol und jetzt wieder zwei in türkis 2 in türkis und 2 in petrol 2 in türkis 2 in türkis und 2 in türkis 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 und 2 in petrol jetzt wieder ihr müsst jetzt bis hier rüber guckt mal hier hinten ob das auch das muss ja hier über die zwei maschen ich glaube das reicht bei meinen jetzt muss ich nur noch sehen dass ich das hier so durch kriegt also sie ist erst mal noch mal ein bisschen fester durch mein rum geangelt so jetzt zwei in türkis und zwei in petrol und wieder zwei in türkis und zwei in petrol und wieder zwei in türkis und zwei in petrol zwei in türkis und zwei in petrol jetzt wieder muss man bis rüber kommen ja jetzt hat es besser geklappt zwei in türkis und zwei in petrol jetzt wieder zwei in türkis und zwei in petrol und wieder zwei in türkis und zwei in petrol auch die letzte nadel von reihe 11 bekommen auch zwei in türkis und zwei in petrol jetzt die zwei petrol und wieder zwei in türkis und zwei in petrol ganz genau jetzt haben wir noch einmal zwei in türkis und zwei in petrol so reihe 12 in reihe 12 legt ihr erst einmal die nadel weg und ihr übergebt erst mal für reihe 12 jeder jeder nadel die masche von der nächsten das machen wir jetzt in reihe 12 erstmal rundherum und hier jetzt auch noch auf der vierten nadel also die vierte nadel kriegt die von der ersten und dann einfach überall die masche rüber geben und jetzt müssen wir erst mal noch die eine stricken weil die eine wird in petrol gestrickt so ihr macht die nochmal zurück und strickt die mit der nadel in petrol ab und jetzt habt ihr auf jeder nadel genauso viel wie vorher weil jetzt ändert sich ein bisschen an die muster und jetzt ist leichter reihe 12 bekommt eine in türkis und drei in petrol als einen türkis und drei in petrol und wieder eine in türkis und drei in petrol 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 so und die bekommt auch ein türkis und die drei in petrol und wieder eine in türkis und drei in petrol und jetzt wieder eine in türkis und drei in petrol eine in türkis und drei in petrol so jetzt die nadel auch wieder eine in türkis und drei in petrol und wieder eine in türkis und drei in petrol und wieder eine in türkis und drei in petrol so die hebt er hier über und dann geht es wieder eine in türkis oder diese in türkis und drei in türkis und drei in türkis und drei in petrol und wir holen uns jetzt noch die hier einfach 3 in petrol und jetzt nadel 13 eine in petrol 2 in türkis und einen petrol also eine in petrol 2 in türkis und eine in petrol jetzt wieder eine in petrol 2 in türkis und eine in petrol jetzt wieder eine in petrol 2 in türkis und eine in petrol jetzt wieder eine in petrol 2 in türkis wir holen uns noch die von der nächsten nadel in petrol jetzt wieder eine in petrol zwei in türkis und eine in petrol und jetzt wieder eine in petrol zwei in türkis und eine in petrol und noch einmal eine petrol 2 in türkis eine in petrol jetzt wieder eine in petrol 2 in türkis und eine in petrol und jetzt wieder eine in petrol jetzt kommen wieder zwei in türkis zwei in türkis und eine in petrol und eine in petrol zwei in türkis und eine in petrol jetzt wieder eine in petrol und eine in petrol und noch einmal eine in petrol ach so wir können ja die neue nadel nehmen genau eine in petrol zwei in türkis und eine in petrol und jetzt wieder einen petrol zwei in türkis und noch mal eine in petrol jetzt noch mal einen petrol zwei in türkis und eine in petrol und die reihe 15 geht so ihr macht eine in türkis jetzt drei in petrol und wieder eine in türkis drei in petrol und wieder eine in türkis und drei in petrol und wieder eine in türkis drei in petrol und wieder eine in türkis und und wieder eine in türkis und drei in petrol und wieder eine in türkis drei in petrol und wieder eine in türkis und drei in petrol und jetzt noch mal eine in türkis und drei in petrol und wieder eine in türkis und drei in petrol und eine in türkis und 3 in petrol jetzt übergebt ihr die eine hier rüber auf die nadel und macht wieder eine in türkis und 3 in petrol und wieder eine in türkis und 3 in petrol und noch mal eine in türkis und 3 in petrol die letzte übergebt ihr hier rüber und wir sehen uns in reihe 16 im nächsten teil wieder tschüssi meine lieben habt einen schönen tag so 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 so